da talas leidet immer noch nur dank euch werde ich anlöse so war das zu verstehen von wegen es gibt nichts mehr was ihr tun können und bringt ihn zurück zu königin diese kreaturen kennen nicht seine wahr macht der gezeigten stein gehört der strahlenden dem licht der tiefe so der knaller ja noch irgendwas noch schlechter stopp lass die stimme aufhören bitte